Die Gegenuniversität bietet neue Kurse und Vorlesungen und mir soll es nun eine Freude sein, dafür ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Die unterschiedlichsten Themen werden dabei behandelt, hier eine kleine Übersicht der bereits abgehaltenen oder in Zukunft geplanten Kurse. Sicherlich interessante Bereiche sind Chinas Aufstieg, die Geschichte der 68er oder Sociobiology, gehalten von niemand anderem als dem bekannten YouTuber und exzentrischen Persönlichkeit Edward Dutton. Es lohnt sich sicherlich, dort mal vorbeizuschauen und wer daran Interesse hat, der findet in der Videobeschreibung einen Affiliate-Link, der ihn direkt zur Website der Gegenuni bringt. Viel Spaß! Seid mir gegrüßt, meine Lieben. Neulich wurde mir auf YouTube ein Video vorgeschlagen, welches sogar in den Trends gelandet ist. Go Woke, Go Broke macht Diversität unserer Filme und Serien kaputt. Um es auf den Punkt zu bringen, er meint, nein, ich kann das so nicht stehen lassen und deshalb sind wir heute hier und beschäftigen uns mit diesem kleinen Meinungsvideo. Und mal wieder ist es mir natürlich völlig egal, ob Behind selber ein Fan oder Feind von Woken Filmen ist. Es geht um die Argumentation, welche er sich bedient. Wenn man ihm nämlich so zuhört, könnte man fast auf die Idee kommen, es gäbe den Progressivismus gar nicht. Wenn doch, es gäbe gar keine wirklichen gesellschaftlichen Konflikte in unserer Zeit. Aber hört selbst. Behind führe er uns ein. Und ich sag's vielleicht mal ganz ehrlich vorneweg, der Begriff Vogue, ich finde ihn ganz schön schrecklich, weil er auch wieder für so eine Art von Trennung sorgt. Es scheint da ja dann die Erwachten und die Schlafenden zu geben. Und in einer Zeit, in der die Gesellschaft ja eher zusammenwachsen sollte, helfen solche Begriffe eher nicht. Die Gesellschaft soll also zusammenwachsen, in diesen Zeiten. Ich nehme an, in allen früheren Epochen hat man soziale Zersplitterung und die innere Feindschaft angestrebt. Aber gut, aber gut. Alle sollen sich lieb haben. Das sind halt die Art von Plattitüden, welche es wert sind, genauer begutachtet zu werden. Unter welcher Flagge sollen denn alle zusammenkommen? Der amerikanischen? Der Pride-Flagge? Der Flagge des Kapitalismus? Des Sozialismus? Behind sagt es nicht explizit, aber eben weil er diese Frage unbeantwortet lässt, neigt man schon zu der Annahme, dass seine unausgesprochene Basis die des nivellierten Liberalismus ist. Der hofft, dass es keiner expliziten Führungsflagge mehr bedarf, dass sie alle Platz haben auf dem großen Spielplatz der Moderne. Ideologische Trennlinien sollen überwunden werden. Das klingt immer so schön, so freundlich. Doch wie sollen sie überwunden werden? Natürlich nicht durch Krieg oder Sieg. Das wäre zu brutal und zu illiberal. Durch Trivialisierung soll man ihrer Herr werden. Wenn der Muslim mit dem Kapitalisten, dieser mit dem Sozialisten, jener mit dem Pride-Aktivisten nicht klarkommt, dann wird der heutige Normi-Liberale selten aufs Feld treten und eine Ideologie explizit den Vorrang gewähren. Es sei denn, es ginge gegen rechts natürlich. Er wird stattdessen implizit darauf hoffen, dass alle Menschen, die sich jetzt nicht einig werden können, einfach ihre Ideale über Bord werfen, zugunsten einer Welt, in der alle friedlich und fröhlich beisammen leben und keiner irgendwas will, außer diesen Zustand des friedlichen und fröhlichen Zusammenlebens endlos fortzusetzen. Wer sich noch einmal ein Video über den akademisch gebildeten Normi erinnern kann, dem wird dieser Ansatz hier sicher ein Begriff sein. Es werden hier wieder Konflikte, die real sind und die ausgetragen werden müssen, unter den Teppich gekehrt, um sich selbst nicht eindeutig positionieren zu müssen. Also Woke hilft als Begriff nicht weiter. Der Vorwurf, Woke zu sein, spalte die Gesellschaft. Na gut, der Vorwurf, man sei rassistisch, homophob und reaktionär, auch? Vielleicht. Doch erwähnt wird erstmal nur das eine. Aber ich traue in meiner Großherzigkeit MrBehind jetzt einfach mal zu, auch den gesellschaftsspaltenden Effekt gewisser linker Lieblingsvorwürfe noch als real anzuerkennen. Das Problem liegt dann wie gesagt eher in diesem vagen Wunsch, alle mögen zusammenfinden und ihre Konflikte hintanstellen. Denn irgendwer muss ja die Regeln und Normen bestimmen, oder nicht? Irgendwer muss entscheiden, ob es in Ordnung ist, auf eine bestimmte Weise Woke zu sein, oder auf eine bestimmte Weise rechtsautoritär, oder, oder, oder. Wenn mir einer sagt, man solle das Wort Woke nicht verwenden, dann höre ich keinen Aufruf zum Frieden, dann höre ich einen Aufruf, den Progressivismus nicht mehr offen zu kritisieren, während er sich fröhlich weiter eine gesellschaftliche Institution nach der anderen zu eigen macht. Ich bin ein Feind des Progressivismus und die Progressiven betrachten mich als Feind. Wir könnten jetzt natürlich unsere jeweiligen Unterhändler losschicken, eine Verhandlung zu führen, aber wie soll der Prozess der Annäherung denn dann stattfinden? Ich habe ja weitreichende konkrete Forderungen, genau wie die andere Seite solche Forderungen besitzt. Wer bekommt denn jetzt was, und wer entscheidet das? Und wer wird sich mit weniger als der letztgültigen Tilgung der Ideologie des jeweils anderen zufrieden geben? Also behind sei du kein ausweichender Akademiker-Normi und sage mir, wie das alles laufen soll, diese gesellschaftliche Annäherung. Die Konflikte, über welche wir hier reden, sind ja eben keine Luxusprobleme, keine Oberflächlichkeiten, die durch etwas mehr Geld oder durch eine geringfügige Meinungsänderung befriedet werden könnten, sondern harte, ganz wesentlich mit der jeweiligen Persönlichkeit verbundene Teile der eigenen Identität. Wie soll da Annäherung stattfinden? Ich hege, um es noch mal zu unterstreichen, ein wenig den Verdacht, implizit läuft diese Forderung darauf hinaus, dass sich jedermann dem derzeit ablaufenden Fortschritt einfach beugen soll. Netflix ist vollkommen egal, wen Sie ansprechen, Hauptsache, Sie sprechen jemanden an. Sie produzieren auf Masse für die Masse. Und dabei sind und diverse Inhalte und diverse Inhalte, weil Sie alle Zielgruppen ansprechen wollen. Deswegen kann ich so Kommentare überhaupt nicht verstehen, die ich im Internet zahlreich gelesen habe. Leute, die behaupten, dass weiße, heterosexuelle Männer völlig von Netflix verschwunden seien. Oder wie hier in diesem Video, wo behauptet wird, dass Netflix einen Mittelfinger an eine Zielgruppe zeigen würde. Und das stimmt halt nicht. Denn das würde ja bedeuten, dass diese Inhalte gar nicht mehr auf der Plattform sind. Und das sind sie halt immer noch. Kommen wir mal zum Nein, denn ich finde auch, dass Netflix auf der anderen Seite alles andere ist als Vogue. Im Gegenteil sogar. Sie produzieren weiterhin Shows von Dave Chappelle. Der ist über die Jahre jetzt immer wieder in die Kritik geraten, weil seine Comedy-Specials mit Transfeindlichkeit durchzogen ist. Die Reaktion von Netflix war aber, wir produzieren mehr. Ja, das Zeug wird geklickt wie irre. Natürlich sagt Netflix da nicht, wir hören jetzt auf damit. Es gibt Filme wie die 365 Days-Reihe, die irre frauenfeindlich und sexistisch sind. Oder Filme wie Six Underground von Michael Bay, in dessen Filmen schon immer Sexismus und Rassismus an der Tagesordnung waren. Und besonders krass finde ich diesen ganzen Reality-TV-Müll, der früher eigentlich bei RTL2 beigelaufen wäre und jetzt hast du ihn heute auf Netflix. Shows, in denen sich Paare zum ersten Mal kennenlernen, müssen sich direkt verlieben und morgen heiraten und dann geht es eigentlich nur darum, dass wir als Zuschauer, wie so durch so ein Aquarium zugucken, wie Menschen sich zum Nappel machen. Das sind leider alles falsche Äquivalenzen. Fangen wir mal mit den nicht-voken Inhalten auf Netflix und Co. an. Also auf der einen Seite haben wir die allschwarze transgeschlechtliche Version einer Serie, die in intersektionaler Manier die Abgründe des weißen Kolonialismus herausarbeitet. Auf der anderen Seite haben wir Dave Chappelle, einen Unterstützer des demokratischen Kandidaten Andrew Yang, sowie ein paar Shows mit irgendwelchen Machismo-Männern. Diese zwei Seiten sind nicht gleichwertig. Reality-TV, übervögelnde Halbaffen und ein milder Witz seitens eines schwarzen Comedians bedrohen den progressiven Hauptnarrativ nicht. Sie tragen keinen systemischen Ansatz in sich, aus dem sich eine Macht entwickeln könnte, die dem Progressivismus das Wasser tatsächlich abgrübe. Dave Chappelle und Konsorten sind der kulturelle Harlequin, welcher König und Kurie hin und wieder ein wenig auf die Schippe nehmen darf, um die drückende Luft im Raum etwas aufzulockern. Doch ist es von vornherein allen klar, dass jener Hofnarr sich nicht über Gott und den Erlöser wird lustig machen dürfen. Gelacht werden darf vielleicht noch über die menschlichen Fehler von Papst und Kaiser, aber sicher nicht über das Antlitz des Gottessohnes am Kreuz. Die Pointe des Scherzes wird folglich niemals jene sein, dass Islam oder Paganismus die bessere Religion sei. Und so ist das auch bei uns. Ich werde jetzt mal ein paar tatsächlich rechte Motive benennen und Behind verrät uns dann, wie hoch die Chance ist, dass bald ein Hollywood-Film produziert wird, das Narrativ eines dieser Motive bejahend aufnimmt. Also wie wäre es zum Beispiel mit der Überlegenheit der europäischen Kultur gegenüber jener der farbigen Welt? Oder wie wäre es mit der genetischen Ungleichheit sowohl der Menschen untereinander als auch der Rassen? Können wir einen Film erwarten, dessen Konklusion darauf hinausläuft, dass der Gesellschaft besser gedient wäre, wenn Männer, nicht Frauen, alle Positionen der Macht besetzten? Werden wir einen Streifen sehen, der davon ausgeht, dass die jüdische Diaspora in einem europäischen Land einen negativen Effekt auf die nationale Behauptungskraft und Stabilität dieses Landes ausübt? Wird es einen Film geben, der die Demokratie als einer expliziter hierarchisierten Staatsform unterlegenes System porträtiert? Werden wir ein Werk bewundern dürfen, das die öffentliche Akzeptanz von Homo- und Transsexualität in einen Kontext mit Kulturdegeneration setzt? Die Antwort ist klar wie Glas. Natürlich nicht. Und es interessiert mich überhaupt nicht, wer jetzt welches dieser Statements für wie korrekt hält. Selbst neutral behandelt könnten sie nicht bespielt werden und völlig undenkbar wäre es, sie bejahend in einem Film zu zeichnen. Es ist offensichtlich inkorrekt zu behaupten, dass Filmproduktionsfirmen einfach alles mögliche ins Leben rufen würden und dann nur das weiterführen, was sich an der Kasse bewährt. Man kann sicherlich Geschichtsrevisionismus betreiben und die Königin von England von einer Schwarzen spielen lassen. Man kann aber mit ebenso großer Sicherheit keine Serie drehen, die zur Grundlage hat, dass in unserer Geschichtslinie der Holocaust nie passiert ist. Beides ist revolutionistisch und beides widerspricht dem Konsens der Historiker, aber diese zwei Szenarien stehen doch in unterschiedlichen Beziehungen zu den zentralen moralischen Glaubenssätzen unserer Gesellschaft. Und das ist eigentlich auch nicht schlimm. Der neutrale Liberalismus, so wie er von Behind als existent behauptet wird, hat nie existiert und er kann wahrscheinlich auch nicht existieren, weil die Menschen am Ende niemals dem alles tolerierenden Vakuum der Werte die höchste Priorität einräumen werden, sondern einen positiven Satz von Prinzipien in Vorzug geben. Ich nehme es den Muslimen also zum Beispiel keineswegs übel, dass sie Filme nicht zulassen wollen, in welcher die Moschee des Propheten entweiht wird. Und ich nehme es den Progressiven nicht übel, wenn ihre Filme darauf hinaus liefen, dass Sklaverei und Rassentrennung nicht die besten Dinge sind seit der Erfindung von geschnittenem Brot. Ich nehme es gewissen liberaler Progressiven allerdings sehr wohl übel, dass sie ihre heiligen Prinzipien durchgesetzt wissen wollen, bei gleichzeitiger Behauptung des Gegenteils. Bei Propagierung der plumpen Lüge, man könne in seinen Filmen alles darstellen, zu was der menschliche Verstand an kreativen Ergüssen imstande ist. Denn genau dies verschleiert die konkret wirkende Macht zu sehr. Das andere waren sehr viele Kommentare dazu, wie ihr denn das mit Netflix seht. Da waren viele Analysen dabei, ganz viele Leute, die ihrem Ärger auch Luft gemacht haben, weil sie gesagt haben, ich habe schon längst das Netflix-Abo gekündigt oder ich habe es noch vor. Und das lief eigentlich relativ gemäßigt an, bis das Video dann in den YouTube-Trends gelandet ist und dadurch auch einem größeren Publikum zugänglich wurde. Und plötzlich kam eine Flut aus Kommentaren, die alle so oder so ähnlich aussahen. Go woke, go broke. Das war eines der meistgelesenen Kommentare. Ganz viele Leute, die geschrieben haben, dass Netflix nur deshalb pleite geht, weil sie woker werden. Und dieses Thema ist eines, das beschäftigt das Internet. Spätestens seit Elon Musk vor ein paar Wochen auch getweetet hat, dass der woke-Virus Netflix zerstören würde, brennt das Internet. Es gibt zahllose Artikel dazu, unzählige YouTube-Videos, in denen alle möglichen Leute davon reden, dass die woke-Culture die Medien zerstören würde. Und genau deswegen dachte ich mir mal, ey, das ist so spannend, das möchte ich mir mal genau angucken. Und dachte mir, ich nähere mich dem ganzen Mal wie in dem vorhergehenden Video auf eine analytische Art und Weise und gucke mal auf die rohen Zahlen. Wird Netflix wirklich immer woker, so wie ihr das in den Kommentaren immer wieder geschrieben habt? Diese Frage ist schon mal gar nicht so einfach zu beantworten, denn ich kann darauf Ja und Nein sagen. Kommen wir erstmal zum Ja. Tatsächlich ist es so, dass Netflix gerade viel Fokus auf diversere Inhalte legt. Sie haben letztes Jahr im Februar 2021 sogar in einer Pressemitteilung angekündigt, dass sie künftig 100 Millionen Dollar in die Entwicklung von diverseren Inhalten investieren wollen. Und das klingt erstmal nach einer ganzen Menge. 100 Millionen Dollar? Da wäre ich ganz froh, wenn ich die hätte. Aber wenn ihr euch vielleicht erinnert, im Netflix-Video hatte ich unter anderem auch gesagt, wie viel Geld Netflix pro Jahr für Content ausgibt. Im Jahr 2022 planen sie, 17 Milliarden Dollar für Content auszugeben. 17 Milliarden Dollar. Ich kann diese Zahl einfach immer noch nicht glauben. Wenn man da jetzt mal aber die 100 Millionen dagegen stellt, beziehungsweise es sind ja gar nicht 100. Netflix hat gesagt, dass sie über die nächsten 5 Jahre 100 Millionen Dollar investieren wollen. Teilt man also die 100 Millionen durch 5, ist man bei 20 Millionen Dollar pro Jahr. So, ich mach kurz mal den Mathematiker für euch. 20 Millionen von 17 Milliarden sind 0,12 Prozent. 0,12 Prozent des jährlichen Budgets bei Netflix geht in diversere Inhalte. Und dieses Geld wird nicht mal nur in die Filme gesteckt. Das wird auch für die Positionen hinter der Kamera benutzt. Das ist natürlich eine Milchmädchen-Rechnung. Hat irgendjemand das Gefühl, Hollywood und Netflix seien zu 0,1 Prozent der diversen Sache verpflichtet? Abermals natürlich nicht. Die Grundlagen, die den Progressivismus ermöglichen und ihn in unseren Medien sichtbar macht, ist nicht als explizites Diversity Budget messbar. Sie fangen bereits beim Department for Human Resources oder deren Äquivalent im Filmbusiness an. Die Leute, welche da sitzen und darüber entscheiden, wer gewisse Stellen und Posten bekommt, rekrutieren sich zu erheblichen Teilen aus den geisteswissenschaftlichen Fakultäten des amerikanischen Universitätssystems und sind damit schon per Selektion Teil des progressivsten Randbereiches der Gesellschaft. So etwas lässt sich in monetärem Gegenwert nur schwer messen. Der Effekt allerdings ist leicht beobachtbar. Und dann geht man mal weiter. Was in den Skripten für Serien und Filmen inhaltlich verarbeitet wird, ist ja ebenso nicht in barer Münze aufzurechnen. Aber gerade hier erleben wir neben der Schauspielerbesetzung die deutlichste Verschiebung nach links. Beziehungsweise ins Intersektionale. Und das seit vielen Jahrzehnten. Well, thank God this whole controversy is behind us. Yeah. And Peter, I'm glad you came to your senses. Me too. You know, we might even win an award for this. Really? Yeah, award voters love it when someone with a right-leaning viewpoint admits they're wrong. They declare it's good storytelling and character development. Ooh, like Three Billboards. And Green Book. Driving Miss Daisy. American History X. Yeah, all those. And many more. But can anyone name a single movie where someone on the left took on a more Republican leaning viewpoint? Doesn't even have to have won an award. Just has to exist. Anyone? Wieso ist Peter Griffin in der Lage, einen Effekt wahrzunehmen, der Mr. Behind augenscheinlich entgeht? Die Frage, die sich jetzt stellt ist, stimmt denn diese Annahme überhaupt? Dreiten sich die Studios und die Streaming-Anbieter immer mehr in den Ruinen, weil sie auf Diversität oder Inklusion setzen? Nehmen wir zum Beispiel mal Netflix. Diese Behauptung vom Anfang, dass der Aktienkurs sei gefallen der Wokeness wegen. Das Ding ist, dafür gibt es keinerlei Anzeichen. Stattdessen sind es die Punkte, die ich euch beim letzten Mal im Video erklärt habe. Das Content-Problem ist ein Teil des fallenden Aktienkurses, aber es ist auch die Konkurrenz. Es sind die Preise. Es ist das Abo-Modell. Viele Faktoren zählen da mit rein. Zu sagen, dass Wokeness das große Problem ist, ist faktisch falsch. Das kann ich auch deshalb ganz klar behaupten, weil die Woken-Inhalte auf Netflix richtig gut funktionieren. Eine der meist geguckten Serien auf Netflix ist die Serie Bridgerton. Die Feststellung, dass Go Woke, Go Broke mehr Hoffnungsbekundung und Wunschvorstellung als Realitätsbeschreibung ist, da gehe ich dann allerdings mal ziemlich weitgehend d'accord mit. Es ist bei Zeiten und für einzelne Filme zwar einigermaßen naheliegend anzunehmen, dass ihr überprogressiver Ansatz ihnen den Erfolg ruiniert hat, allerdings muss ja dennoch festgehalten werden, dass durchaus auch Beispiele mit gegenteiligem Effekt existieren, welche die Patzer wieder ausgleichen. Black Panther und Get Out, beides progressive Lieblinge, waren ja eben keine Flops an der Kinokasse, ganz im Gegenteil sogar. Ich habe mich der ganzen Sache ebenfalls mal quantitativ gewidmet und die jeweils 100 an der US-Kinokasse kommerziell erfolgreichsten Kinofilme der letzten 30 Jahre angesehen. Und dann jeweils den Durchschnitt der IMDb-Kritiken für jedes Jahr errechnet. Ein starker Trend in die eine oder andere Richtung ist nicht wahrnehmbar, obwohl ich selbst für mich persönlich das deutliche Urteil abgeben würde, dass die Filme um das Jahr 2000 herum besser waren als die Filme von heute. Selbst den Trash von damals finde ich weit weniger grauenhaft als das, mit dem man heute behelligt wird. In gewissem Maße ist dieser Trend womöglich dadurch zu erklären, dass es gar kein Konkurrenz- und Vergleichsangebot zum heutigen Hollywood-Kino gibt. Sicher, es existiert das europäische Kino, aber auch dieses orientiert seine Wertbindung an Amerika. Die Leute sind nur schwerlich in der Lage dazu, die Filme, welche ihnen geboten werden, als wirklich negativ zu bewerten, weil ihnen vor allem mit dem Laufe der Generation der Kontext dazu abgeht. Schwimme ich im Wasser immerzu mein Leben lang, habe und brauche ich kein Wort für Wasser. Das wahre Problem unserer Tage ist, dass es auf der ganzen Welt eigentlich kein entwickeltes Land gibt, das nicht in der einen oder anderen Form den liberalen Konsens gefressen hat und damit gibt es auch keine ernstzunehmende, großskalige kulturelle Alternative. Wie viele Filme habt ihr schon gesehen, bei der irgendeine Form von Kapitalist, ob seines Kapitalistentums der Böse ist? Unzählige. Neuerdings kann man auch langsam den normalen Weißen, ob seines normalen Weißseins, ins Fadenkreuz der Kritik nehmen. Aber den Schwachen, ob seiner Schwäche? Den Liberalen, ob seiner zynischen Heuchelei und so weiter? Eher nicht. Und selbst wenn wir von inhaltlichen Punkten weg uns auf eher Formale beziehen, wie oft habt ihr einen Film gesehen, der sich einer Sprache und psychologischen Komplexität bedient, die an Shakespeare oder die besten Autoren des 19. Jahrhunderts daran reicht? Sehr, sehr selten. Weil das aber so selten ist, geht den Leuten die Fähigkeit ab, das derzeitige Maß an Qualität vernünftig einzuordnen. Die Filmindustrie hat so hohe Einstiegskosten, dass nur relativ etablierte Institutionen große Werke produzieren können. Unweigerlich aber sind große Institutionen anfällig dafür, von einer Funktionärs- und Managerklientel dominiert zu werden und diese rekrutiert sich aus Bildungsstätten, die ohne Ausnahme links geprägt sind und sich mit gleicher Geschwindigkeit nach links bewegen. Man stelle sich als kleinen Test mal vor, die Filmemacher der späten 90er würden gegen jene heutiger Tage antreten und das Publikum würde entscheiden. Ich gehe davon aus, alleine dies würde den Wokismus deutlich unter Druck setzen. Aber um mal von Netflix ein bisschen wegzukommen und das große Ganze anzusprechen, stellt sich die Frage, wird denn das Kino im Allgemeinen immer woker? Kleine Überraschung, nee, das Kino war schon immer woke. Denn die Filme haben sich immer verändert, genauso wie die Gesellschaft sich verändert hat. Bis in die späten 50er hinein zum Beispiel, durfte man im Kino keine Nacktheit zeigen, man durfte zum Teil nicht mal rauchen. Selbst auf Toilette gehen war verpönt in diesen Filmen und Sex durfte man nicht mal andeuten. Und dann kamen Filme wie Frühstück bei Tiffany oder Der blaue Engel noch viel früher mit Marlene Dietrich, die ein richtig neues Frauenbild geschaffen haben. Im Film Dog Day Afternoon von 1975 spielt Al Pacino einen jungen Mann, der für die Geschlechtsumwandlung seines Transgenderpartners dringend Kohle braucht und deshalb eine Bank überfällt. Und in Asphalt Cowboy aus dem Jahr 1969, auch ein großer Klassiker, geht es um einen Stricher, der sich im Schwulmilieu durchschlägt. All diese Filme waren damals wahnsinnig kontrovers und das sind sie immer geblieben. Denn dieser Wandel, und da muss ich jetzt alle enttäuschen, die bis hierhin gehofft haben, dass sich die Woke Kultur einmal von links nach rechts abwatsche. Ich bin der Ansicht, dass dieser Wandel nicht mehr aufzuhalten ist und dass das auch gut ist. Zu den einflussreichsten Leuten des Jahres 2019 gehörten Donald Trump, der auf der ganz rechten Seite ist, und Greta Thunberg, die wiederum das ganz andere Spektrum darstellt. Das heißt, wir sind zu einer Gesellschaft geworden, die wahnsinnig divers ist. Filme und Serien und Medienerzeugnisse im Allgemeinen sind immer auch ein Abbild unserer Gesellschaft gewesen. Das waren sie in den 70ern, das waren sie in den 50ern und das werden sie auch in Zukunft sein. Und ich kann irgendwo verstehen, dass es ganz viele Leute da draußen gibt, die sagen, ne, ich habe gar keinen Bock auf Veränderungen. Weil ich bin ganz ehrlich, ich mag Veränderungen auch nicht. Aber ich finde diese Veränderung, dass sich die Gesellschaft wandelt und dass wir mehr aufeinander Acht geben, das ist doch keine schlechte Veränderung. Wieso benutzen wir denn ständig das richtungsneutrale Wort Wandel? Das Wort Veränderung, um diesen Prozess zu beschreiben. Und die Gesellschaft wandelt sich ja niemals nach rechts, auf langen Zeitskalen jedenfalls nicht. Ich frage mich, ob Mr. Behain sich ebenso larifari auf den Wandel freuen würde, wenn alles um ihn herum immer reaktionärer werden würde. Seht ihr, das ist genau, was ich meine. Behain stellt sich hier als den politisch eher neutralen, kulturverständigen Durchblicker hin, der aus einer Metaposition heraus halb gottähnlich die Notwendigkeit des Wandels in den Dingen sieht. Aber glaubt ihm denn wirklich jemand, dass er tatsächlich nur ein Advokat des ewigen Werdens und Vergehens ist? Oder behauptet er das nur, weil es ihn gegen Kritik immunisiert, während ihm insgeheim die Richtung des vielbeschworenen Wandels doch nicht ganz unwichtig ist? Das ganze Gesocks, das vor 40 Jahren noch für freie Rede war, versucht sie heute abzuschaffen, weil sie eben nie für freie Rede waren, sondern es ihnen darum ging ihren Feind zu schwächen, der damals noch die Zügel in der Hand hatte. Also will ich von Behind, beziehungsweise Leuten seiner Fasson, ein klares Bekenntnis. Entweder ja, ich bin sofort bereit, tief reaktionäre Filme im Sinne der Vielfalt und des Wandels zu verteidigen, oder aber nein, ich bin Teil des progressiven Lagers. Merkel macht Transmenschen auf, ich mag Transmenschen. Transmenschen sollen auf sein. What is it now? Aber es geht noch weiter. Schauen wir kurz in diese Aussage hinein. Die Filmstudios sind da sehr binär gestrickt. Wenn etwas nicht erfolgreich ist, fliegt's raus. Wenn etwas erfolgreich ist, go for it. Dann produzieren die jetzt noch mehr davon. Und dass zum Beispiel Frauenfiguren wie Eleven aus Stranger Things zu regelrechten Ikonen werden, das entscheidet ja nicht Netflix. Wenn das so einfach wäre, einfach einen Hype zu produzieren, dann würde es jeder machen. Entscheiden tut es immer noch das Publikum, nämlich ihr. Und weil diese Frauenfiguren und die Darstellung von Transmenschen oder von schwulen und lesbischen Charakteren, weil das offenbar einen Nerv trifft, wird es halt weiter produziert. Ja, hier steckt dann noch mehr verborgenes Gift in der Botschaft. Und zwar ein Phänomen, das sich Schrödingers Film nennen möchte. Auf der einen Seite wird nämlich der immer progressivere Inhalt der Hollywood-Erzeugnisse mit dem Wandel der gesellschaftlichen Werte begründet. Also nach dem Motto argumentiert, die Leute werden aufgeschlossener und denken heute anders, das muss der Film abbilden. Wenn ich dann aber wieder einen bösen Film drehen will, in welchem die Dinge doch ihre natürliche Ordnung haben und ein weißer Deutscher die Welt regiert, dann haben Filme selbstverständlich einen prägenden Einfluss auf die Einstellung der Menschen. Weshalb man ihnen so etwas nicht zeigen sollte, wollte man sie nicht ins Bösmenschentum hinein propagandisieren. Erneut, was ist es nun? Bilden Filme bloß den gesellschaftlichen Ist-Zustand ab oder führen sie ihn herbei? Wahrscheinlich ist tatsächlich ein bisschen von beidem der Fall. Aber dass in der Realität, in welcher wir leben, diese Anteile nicht an alle weltanschaulichen Richtungen gleichermaßen ausgewiesen werden, führt dazu, dass das Kino den Wandel der Gedanken tatsächlich stark und aktiv in eine Richtung hin vorantreibt. Wir müssen heute Schwule in Filmen zeigen, weil wir nicht mehr in den 50er Jahren leben. Und wenn wir sie nicht zeigen wollen, dann müssen wir es trotzdem tun, weil es sonst sofort zurück in die 50er Jahre ginge. Irgendwie habe ich das Gefühl, man fühlt mich an der Nase herum. Und was dann aber eben leider mit reinpasst ist, dass Lightyear eben auch ein schlechter Film geworden ist. Und ich habe das Gefühl, dass hier ganz häufig die Kausalitäten verschwimmen. Denn das Lightyear ein schlechter Film ist, hat nichts damit zu tun, dass es einen gleichgeschlechtlichen Kuss in diesem Film gibt. Würden sich in dieser Szene einen Mann oder eine Frau küssen oder dieser Kuss würde komplett fehlen, wäre das hier der gleiche Film. Es würde sich gar nichts ändern. Es gibt aber tatsächlich Beispiele, da fällt es wirklich ein bisschen negativ auf. Der neue Jurassic Park zum Beispiel hat einen neuen Charakter zu bieten. Der Charakter ist schwarz und er ist lesbisch, die für die Handlung leider gar keinen Unterschied macht. Dadurch geht der Film deutlich zu lang. Alle Szenen mit ihr sind sehr redundant. Und ja, in diesem Fall wirkt sich das dann tatsächlich auch auf die Qualität aus. Aber dass Wokeness im Allgemeinen das Problem ist, das kann auch deshalb nicht stimmen, weil wir sonst nicht regelmäßig Meisterwerke wie Moonlight, Call Me By Your Name oder Promising Young Woman bekommen würden, die Preise gewinnen und auch bei Filmfans richtig gut ankommen. Auch hier muss ich erneut widersprechen. Der Progressivismus verunstaltet Filme deutlich mehr, als Behind es uns hier glauben machen will. Und diese Qualitätsminderung beschränkt sich mitnichten nur auf vulgäre Beispiele wie die schwarze lesbische Rollstuhlfahrerin, die mühelos einen weißen Tyrannosaurus Rex zu Fall bringt. In einem meiner letzten Videos, welches sich mit den Freuden von Funk beschäftigte, habe ich eine Passage aus Brad Easton Ellis Essay-Sammlung White, genauer aus dem Kapitel Post-Sex vorgelesen. Und wie es der Zufall will, enthält eben dieses Kapitel auch eine vergleichende Filmkritik vom hier erwähnten Moonlight. Ellis, selbst ein Homosexueller, aber vielleicht vielleicht nicht ganz so schwuler, war nicht besonders angetan von diesem Werk. Und ich denke, es lohnt sich anzuhören, weshalb nicht. Im Herbst des Jahres 2016 begab es sich, dass ich zwei Filme kurz nacheinander mir ansah. Moonlight, geschrieben und gedreht von Barry Jenkins, einem heterosexuellen Mann, und King Cobra, geschrieben und gedreht von Justin Kelly, einem schwulen. Ich glaube zwar nicht, dass nur schwule Leute Filme über Schwule drehen sollten, wahrscheinlich wäre es sogar besser, wenn viele Schwule gerade dies nicht täten, aber im Falle eines Films wie Moonlight, dessen Kern sich um schwules, männliches Begehren dreht, der komplett auf dieser Thematik aufgebaut ist, kommt es einem vor, als handelte es sich um den gezwungenen, progressiven Versuch eines heterosexuellen Künstlers, eine spezielle Idee davon zu vermitteln, was es heißt, schwul zu sein. Die tatsächliche, bildliche Darstellung von Begehren fehlt fast vollkommen in einem Film wie Moonlight, und in den wenigen Momenten, in denen es doch gezeigt wird, erscheint es einem offenkundig nicht wie das Werk eines homosexuell veranlagten Menschen, also eines tatsächlichen, Cal steht auf Cal, Schwulen. Und das hat den Wert des Filmes für mich untergraben. Die Presse hat den Streifen nicht deshalb in den Himmel gelobt, weil es sich um einen großartigen Film gehandelt hat, sondern weil ein Häkchen gesetzt werden konnte hinter jedes einzelne derzeit in Mode stehende Kriterium der Identitätspolitik, von welcher wir besessen sind. Der Protagonist war schwul, schwarz, arm, schikaniert und ein Opfer. Die Ästhetik von King Cobra ist nicht so literarisch geschliffen wie jene von Moonlight, aber die porträtierte Ideologie ist in gewisser Hinsicht interessanter. Denn King Cobra erzählt eine True Crime Story, in dessen verrückter, lebensnaher Dramatik die Hauptfiguren eben nur zufälligerweise schwul sind. Und es geht nicht die ganze Zeit um Schikane oder Victimisierung oder Marginalisierung oder Inklusion. All jene Dinge, auf die viele von uns einfach nicht anspringen in amerikanischen Filmen. Gebt uns stattdessen doch einfach Tanzen und Banküberfälle. Gebt uns Monster. Gebt uns das Spektakel. In Moonlight geht es um Chiron, der bei der Geburtslotterie eine dicke Niete gezogen hat. Er wächst in Armut auf, während die schwulen weißen Jungs in King Cobra wahrnehmbar der Mittelschicht angehören und daher deutlich mehr Möglichkeiten besitzen, verschwenderisch mit ihren Privilegien umzugehen. Was sie auch tun, in einer aufschneiderischen Weise. In Moonlight dreht es sich die ganze Zeit um Chirones Seelenschmerz, denn ohne diesen würde der Film gar nicht existieren. Es handelt sich hier um ein Opfernarrativ, was nicht bedeutet, dass Menschen wie Chiron oder die Unsicherheit schwarzer Hypermaskulinität, ganz zu schweigen von der enormen Fragilität schwarzer Existenzen im Allgemeinen, nicht existieren würden. Aber ihre Narrative überschneiden sich eben alle in ihrer Ideologie und ein Filmemacher müsste härter arbeiten, um das Willensmoment in allem herauszustellen. Die virulente Sexualität von King Cobra und die ganze Angelegenheit der schwulen-männlichen Anziehung, das Filmen und Vertreiben und Kaufen dieser, ist was dem Film in den Augen einiger von uns in cineastischer Hinsicht fesselnder gestaltet. Schwule Männer als oberflächliche Kapitalisten, in Verbrechen getrieben, erscheinen mir eigentlich wie ein progressiveres Projekt in der Welt des Post-Gay-Kinos als ein weiteres beklemmendes Opfer-Szenario. Dein weißer Hype um Moonlight hatte den Zweck, dir ein tugendhaftes Gefühl mit auf den Weg zu geben. Und auch wenn das ein angenehmes Gefühl sein mag, ist es doch angebracht, sich zu fragen, ob das Gefühl der Tugendhaftigkeit tatsächlich identisch ist mit dem Besitz von Tugend. Während eines Podcasts, an welchem ich teilnahm, sagte einer der eingeladenen Schauspieler, Mark Duplass, der Grund, weshalb er froh sei, ein neu ernanntes Mitglied der Academy of Motion Pictures Arts & Sciences zu sein, sei die Möglichkeit, Filme wie Moonlight zu unterstützen, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den Kinos angelaufen war. Ich hatte ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Duplass allerdings, ein weißer, heterosexueller, liberaler Mann, schien eine Weltsicht zu verbreiten, die mir von den sozialen Medien her geläufig war, wo der Film bereits rückhaltlos gefeiert wurde, ohne dass viele seiner Fürsprecher ihn überhaupt gesehen hatten. Jedermann muss gleich sein und muss in Bezug auf jegliches Kunstwerk, auf jegliche politische Bewegung, auf alle Ideen in der gleichen Weise reagieren. Und solltest du dich weigern, dann wirst du gelabelt als Rassist oder als Misogyn. Genau das geschieht mit einer Kultur, der Kunst nicht mehr wichtig ist. Wann haben die Leute eigentlich angefangen, sich so rückhaltlos mit Opferfiguren zu identifizieren? Und wann wurde die Weltsicht der Opfer die Linse, durch die wir jeden Winkel der Welt zu betrachten begannen? Warum identifizierte der Film Moonlight sich so sehr mit seinem Hauptcharakter Chiron, welchen wir durch drei Kapitel seines Lebens begleiten, Kindheit, Jugend und Mannesalter. Nawala in Armut geboren wurde, als Sohn einer drogenabhängigen Mutter und eines abwesenden Vaters, was ihn durch und durch zum Opfer macht. Und so erreichen wir das Lieblingsszenario amerikanischer Independent-Filme. Der Film verlangt von uns Chirones Schmerzen mitzutragen, ohne uns irgendwelche Abwechslung davon anzubieten. Es gibt eigentlich nicht besonders viel Interessantes oder Bewundernswertes an Chiron, das es wert wäre, erwähnt zu werden. Die ganze Filmzeit hindurch geht es um seine Trauer und seinen Schmerz. Aber der Mann interessiert sich für nichts. Nicht für Musik oder Gedichte oder Comicbücher, sondern bleibt eine simple Chiffre. Und deshalb gefällt sich Moonlight vor allem in seinen Unterdrückungsszenen, welche ihren Höhepunkt erreichen, wenn Chiron von einem Mitschüler verprügelt wird. Hier verlässt der Film seinen passiven Zustand hin zu einem aktiven und der Regisseur Barry Jenkins findet eine Chance zu glänzen. Der Film ist ein einziges Klagelied, in welchem sich ein Feel-Bad-Moment an den nächsten reiht. Eine Litanei der Abweisungen. Natürlich haben Filme seit jeher menschliches Leiden porträtiert. Hierbei allerdings handelt es sich um eine neue Art des Leides, in welchem zeitgenössische Filmliebhaber sich zu suhlen belieben und sich gar nicht genug mit identifizieren können. Und dieses Leid ist eben genau jenes, das durch Viktimisierung erzeugt wurde. Manchmal macht Jenkins keinen ganz so großen Aufriss darum. Und das sind Moonlights beste Szenen. Visuell mosaisch, beiläufig und locker. Dann aber wechseln wir zurück zu Violinen und Cellos und Oboen. Die beginnen den Soundtrack in ihre Gewalt zu nehmen und uns daran zu erinnern, dass es sich hierbei um einen hochstrebenden und hochgesinnten Film handelt. Ein Film, der unter seinen unantastbar guten Intentionen leidet. Der will, dass man ihn ob seines Stils und seines guten Geschmacks bewundert. Und doch fehlt dringend mehr Humor, mehr Leichtherzigkeit, mehr sexuelle Reize. So aber bleibt die ganze Erfahrung, welche der Streifen uns zu bieten hat, säuerlich und bedrückend. Obwohl es durchaus möglich gewesen wäre, diese beiden filmischen Aspekte miteinander zu verbinden. Obwohl es möglich gewesen wäre, Chiron zu einem interessanteren Charakter zu machen. Hätte nur ein Kämpfer in ihm gesteckt. Aber der Film hat kein Interesse daran, aus ihm einen stärkeren Charakter zu machen. Chiron ist ein Enigma, ein Mysterium. Und Moonlight ist fasziniert von diesem schönen, keuschen, traueräugigen Engel. Diese Keuschheit ist es auch, in welcher die hetero Perspektive am deutlichsten zutage tritt. Insbesondere im Hinblick auf die Darstellung schwuler, männlicher Lust. Es ist nicht so, als hätte dieser Film in besagter Hinsicht sofort übertreiben müssen. Aber so fehlt ihm vollkommen die Hitze des Sexuellen. Und von den gewalttätigen Übergriffen abgesehen, gibt der Film sich die größte Mühe, andere Themen durch Überstilisierung zu umgehen. Aus Angst, sie wären im Publikum nicht vermittelbar. Wenn Chirons Mutter ihn als kleinen Jungen anschreit und ihn als Schwurtel beleidigt, dann hören wir nie das Wort selbst, sondern müssen es von den Lippen der Frau in einer Slow-Motion-Szene eine weitere Stilisierung ablesen, während im Hintergrund die Filmmusik spielt. Und es ist diese Distanz, die unsere Eindrücke selbst vom empfundenen Schmerz abstumpft. Moonlight ist genau jene Art von Film, die es einer gewissen Demografie heterosexueller und schwarzer Zuschauer ermöglicht, ihm etwas zu entnehmen, ohne mit der tatsächlichen Darstellung schwuler Sexualität konfrontiert zu werden. Dieser Handel aber ringt dem Werk in ästhetischer Hinsicht einen hohen Preis ab. Ich denke, dies ist auch der Grund, weshalb manche Zuschauer, die sich nicht innerhalb der liberalen Hollywood-Bubble befunden haben, den Streifen als lächerlich empfanden. Ein paar Wochen, nachdem er in die Kinos kam, veröffentlichte E. Alex Young einen Meinungsartikel, in dem er die aus seiner Sicht traurige und surreale Erfahrung beschrieb, einen Kinosaal über Moonlight lachend zu sehen. Der Autor verglich die Wirkung des Filmes auf ein Publikum bestehend aus Pressevertretern und eines, das sich aus normalen Leuten zusammensetzte, und beschwerte sich in seinem Artikel darüber, wie die letzte Gruppe sich erdreisten konnte über die Darstellung oder Nichtdarstellung von Sexualität in einigen Szenen zu lachen. Der Schreiberling konnte es nicht nachvollziehen, aber ich selbst glaube, dass die normalen Zuschauer in dieser Szene nicht falsch lagen. Zu lachen war ihre ehrliche Reaktion, und wenn eine solche Reaktion dem Autoren traurig und surreal vorkam, dann deshalb, weil er selbst einen Bias mitbrachte und out of touch war, mit einem Publikum, von dem er erwartete, dass es sich der progressiven Ideologie beugte. Aber warum sollte ein Teil des Publikums bezüglich des Films nicht empfinden, wie immer sie wollten, und lachen, wann immer es ihnen in den Sinn kam, im Angesicht eines Streifens, der alles und jedes entweder nur mit Fingerspitzen anfasste oder mit einer ans lächerlich grenzenden Ernsthaftigkeit." Ende des Zitats Also ich persönlich kann mich Ellis' Urteil weitreichend anschließen, vor allem in Bezug auf die Hauptfigur. Ich bin in meiner fragilen Heterosexualität zwar nicht gerade erschüttert gewesen davon, keinen schwulen Blowjob präsentiert zu bekommen, aber dennoch ist festzuhalten, dass der Protagonist eine verdammte Trantüte ist, welche über die ganze Filmlänge hinweg die Zähne nicht auseinander bekommt. Der Film erschien mir ungefähr so interessant, als hätte man ein schönes, schwarzes Stück Strandholz treibend auf den stürmenden Wogen der See gefilmt. Jaja, poetisch, gut in Szene gesetzt, aber eben nur so interessant wie Holz sein kann, das antriebslos auf dem Wasser umhergeworfen wird. Was wäre denn zum Beispiel die Meta-Botschaft eines solchen Films? Sucks to be black? Okay. Thanks. I guess I already know. Und genau so eine ängstliche Überidentifizierung mit den handelnden Figuren, wie sie auch bei den ganzen Mary-Sues und Girlbosses und was weiß ich noch in welchen Stereotypen auftritt, ist eben charakteristisch auch für die besseren Streifen des progressiven Kinos. Sie können einfach nicht loslassen, weil es ihnen im Innersten nicht um den Film und die Kunst geht, sondern um die Message. Das gleiche, was moderne evangelikale Filme im Allgemeinen zu unerträglichem Cringe macht, ruiniert auch die Werke des Progressivismus. Ein jeder ist in tödliche Angst versetzt, radikal mit tradierten Weisheiten zu brechen. Der Progressivismus und seine negativen Effekte sind also real und einfach zu messen. Und doch scheint Mr. Behind relativ ambitioniert in seiner Absicht uns vom Gegenteil zu überzeugen. An dieser Stelle müsst ihr Richter spielen. Geschieht dies, weil er die Dinge wirklich so wahrnimmt, wie er sie beschreibt? Oder kauft der Mann als Agent der guten Sache dem Fortschritt der Bewegung lediglich Zeit, indem er sie vor äußere Kritik isoliert, während sie weiter Macht akkumuliert? Ihr entscheidet. Section one mit policeinnen und Nachbar auf www.h3.com Zack! Ku im Allgemeinen rence